Willkommen zurück bei Satisfactory. Heute werde ich versuchen, die Fabrik ein bisschen zum Laufen zu bringen. Bisher haben wir ja noch nicht wirklich viel automatisiert. Was natürlich auch ein bisschen dem Spiel geschuldet ist, dass man die ersten paar Minuten wirklich alles per Hand machen muss, selbst das hier macht nicht wirklich viel Sinn. Wir können jetzt hier ein Band und Rehabil setzen. Das wäre jetzt unser allererster Schritt zur Automatisierung hin. Dadurch werden die Iron Ingots automatisch reingepackt. Natürlich fehlt jetzt hier noch ein richtiger Miner, den haben wir noch nicht. Das ist der nächste Schritt, diesen zu erforschen. Ich baue mal gerade eine Brücke nach oben in Richtung Beton. Genau, wir haben jetzt hier Plattformen. Und im Idealfall können wir uns damit eine Rampe bauen. Okay, das sieht doch gut aus. Kann man nämlich einfach hier hochlaufen und unseren Miner direkt leeren. Also wie gesagt, man muss äußerst viel per Hand machen. Das ändert sich dann später. Ich versuche das Ganze hier so kurz wie möglich zu halten, weil es einfach nicht so interessant ist. Vor allem hier in der Crafting Bench rumzusitzen und zu craften. Das ist jetzt nicht gerade das spannendste. Das ist jetzt nicht gerade das spannendste. Okay. Das ist jetzt nicht gerade. 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 Das könnte auch schon reichen. Das ist jetzt nicht gerade. Das ist jetzt gerade. Okay. Ich würde das Ganze jetzt relativ simpel halten. Da würde das eigentlich nur für die Forschung brauchen. So, der macht Eisenplatten. Der macht Eisenplatten. Der macht Eisen. Dann. Dann. Noch ein Miner. Dann sollte das erstmal passen. Da. Dann da machen wir das nochmal was ändern. Äh, nein. Achso, nein, das schalten wir jetzt erst frei. Ne, noch nicht mal. Okay, alles gut. Okay, alles gut. Okay, alles gut. Okay, alles gut. Okay. 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 It's almost dead in here. Okay. 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 Wir sind schon sehr nah am Limit jetzt. Ich glaube wir erreichen das Limit. Ja. Das ist interessant. Ich schätze mal wir sollten upgraden. I- Ich- 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das reicht noch nicht ganz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay The Hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along fix-it approved protocols Additionally, the man provides the opportunity to send samples of Xenobiology and other materials I deem relevant to R&D in exchange for appropriate rewards Note, future developments should be aimed at constructing the space elevator and thus initiating project assembly Good luck This consumable possesses minor healing properties, further analysis required to establish object scanner identification Make sure to address Money Pourquoi, type of参lyn audio电icação 外 hac zDF, 2020 字形式 ist�DF, 2020 Da, 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 da. Okay. 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 Okay.